ARD Text im Auftrag von Funk Servus, grüß Gott und grüß grüß Satan Ich bin's wieder, euer Satan Heute werde ich mich verdammt kurz halten Zum einen, weil ich absolut Bock habe Recht Bock habe Dec Chu Frankfurt Deswegen kommen wir gleich Wie ihr alle wisst bin ich ja vor einiger Zeit für den Saturn Award nominiert worden, was das ist, das Intro lied Futschass, ich inhaliere dieses Gas, ich stehe auf dieser Fotzenluft, diesen geilen Moschee, doch Futschass, Futschass. Ich nominiere meine ganze Community für den SATAN AWARD. Eigentlich geht es da nur um folgendes. Ihr müsst Sachen bringen, ganz egal was, ganz egal was es ist, es muss nur. Dummsen, dopt euch aus, zeigt der Welt, dass es noch dümmer geht. An dieser Stelle seien drei Kandidaten genannt, Irene. Als nächstes hätten wir unsere zwei Perliner Freggles, Max und Maggie. Und Regenuskamm als dritten im Bunde. Ja, ja, ja. Mein Körper ist hart wie Stein. Body rock. Jetzt persönlich nehmen. Ich nominiere euch, weil ich der Meinung bin, dass ihr dumm seid. Ich hasse Community. Community. Ganz egal, ob es auf WhatsApp, auf Facebook oder auf sonst einer irgendeinem verdammten Social Media Plattform kommt. Ich hasse diese gottverdammten Scheiß-Fucking-Community. Ja, ich bin euer Held. Ich bin euer Held. Der gerade nicht weiß, wo er jetzt schon wieder ist. Nochmal. Ja, und anfangs habe ich mich noch richtig gefreut. Ich bin nominiert. Bis ich gemerkt habe, ich bin nominiert. Ja, das ist ein Kettenbrief. 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 Und entsprechend lange habe ich mich auch geweigert. Oh, wow. Pilze. Guckt mal. Richtige Prachtexemplare. Na, wo geht's hin? Hier. Fuuuck. Hm? Pssst. Hm? Pssst. Hm? Pssst.